Hallo liebe GCF-Fans, ich erzähle euch heute etwas, was wir so gemacht haben. Heute am Morgen sind wir alle zum Morgen essen. Nach dem Morgen sind wir dann in Kraftraum zusammen, haben ein paar Übungen gemacht. Und nach dem Kraftraum sind wir dann einen Morgenlauf machen. Nach dem Morgenlauf sind wir dann nochmal alle zum Mittagessen. Und dann nach dem Mittag die Spieler, die etwas gebraucht haben, sind noch in die Physiopflege. Und nach der Pflege haben wir dann bis am 7. Abend frei. Die, die wollten, sind in die Stadt. Die anderen haben Karten gespielt. Ich persönlich habe ein wenig geschlafen und bin ein wenig Wellness gegangen. Und dann am 7. Abendessen und nach dem Abend noch mal frei. Hallo liebe GCFans, ich werde... Aber schau, der Mann!